Herzlich willkommen in der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Arbeitsplätze der Bibliothek. Sie finden im Eingangsbereich der Bibliothek PCs, an denen Sie arbeiten können. Nachdem Sie sich mit Ihrem PH bzw. Bibliothekslogin angemeldet haben, stehen Ihnen sämtliche Office-Anwendungen und weitere Programme zur Verfügung. Selbstverständlich haben Sie Internetzugang und können, da Sie sich auf dem Campus befinden, nicht nur im Bibliothekskatalog recherchieren, sondern alle elektronischen Angebote der PH-Bibliothek nutzen. Weitere öffentlich zugängliche PC-Arbeitsplätze finden Sie im dritten Obergeschoss im Schulungsraum der Bibliothek. Sie können sie gerne nutzen, wenn dort keine Bibliotheksveranstaltung stattfindet. Sie können Dateien auf einem mitgebrachten USB-Stick abspeichern. PH-Angehörige können Dateien zusätzlich auch auf Ihrem persönlichen PH-Home-Laufwerk abspeichern, das nach dem Einloggen beim einzelnen Rechner automatisch verbunden wird. Selbstverständlich können Sie auch Ihr eigenes mobiles Endgerät in die Bibliothek mitnehmen, um damit zu arbeiten. In jedem Stockwerk des Gebäudes finden Sie Einzelarbeitsplätze. Diese sind unterschiedlich gestaltet, besitzen meist jedoch neben einer individuellen Beleuchtung auch eigene Steckdosen. Einzelarbeitsplätze können nicht reserviert werden. Im gesamten Bibliotheksgebäude können Sie kostenloses WLAN nutzen. PH-Angehörige können Ihre mobilen Endgeräte über das WLAN der PH einwählen. Einzelheiten, externen Nutzerinnen und Nutzern von anderen Hochschuleinrichtungen steht der Dienst Eduroam zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Webseiten des ZIG. Im dritten Obergeschoss befinden sich abgeschirmte Einzelarbeitsplätze, wo es sich besonders ruhig arbeiten lässt, sowie Workbase für Kleingruppen bis zu vier Personen. Des Weiteren finden Sie im dritten Obergeschoss einen flexibel gestaltbaren Arbeitsbereich, wo die Tische nach Ihren Wünschen angeordnet werden können. Dieser Bereich ist auch mit einem Whiteboard ausgestattet, das Sie gerne benutzen können. Er ist daher sowohl für Einzel- als auch für Gruppenarbeit geeignet, deshalb kann es hier auch manchmal etwas lauter sein. Im zweiten und dritten Obergeschoss gibt es außerdem etwas größere Gruppenarbeitsplätze mit unterschiedlicher Ausstattung, zum Beispiel Smartboard oder einen Monitor, auf den Sie den Bildschirm eines mobilen Endgerätes übertragen können, um gemeinsam an einem Inhalt arbeiten zu können. Diese Gruppenarbeitsräume können Sie im Voraus reservieren. Dafür hängt ein Zwei-Wochen-Plan vor dem jeweiligen Gruppenarbeitsraum, in dem Sie sich formlos eintragen können. Die Bibliothek bietet außerdem gemütliche Sitzmöglichkeiten, um dort zu lesen oder zu lernen. Bestimmt finden Sie für spezifische Lernsituationen den passenden Platz für sich oder einfach nur Ihren eigenen Lieblingsplatz in der Bibliothek. Wir hoffen, Sie fühlen sich wohl bei uns.